Jungfrau Maria betet, damit ein Atomkrieg im Iran abgewendet werden kann. Donnerstag, 23. Februar 2012, 16 Uhr Mein Kind, es ist Zeit für meine Kinder, sich dem Wunsch meines kostbaren Sohnes entsprechend zu einer Einheit zusammenzuschließen, damit ein Atomkrieg im Iran abgewendet werden kann. Dieser Krieg ist sehr nahe, und ihr müsst innig beten, um ihn zu stoppen, denn er wird Millionen von Gottes Kindern töten. Satan und seine Dämonen arbeiten daran, schreckliche Vernichtung auszulösen. Wenn sie Seelen töten, bevor ihnen eine Chance gegeben wird, sich in den Augen meines Sohnes zu rehabilitieren, dann sind diese verloren. Dies ist der Plan des Teufels. Er sucht so viele Seelen heim, um sie davon abzuhalten, in das Königreich meines Vaters einzugehen. Mein heiliger Rosenkranz kann, wenn alle Geheimnisse in einem einzigen Gebet gebetet werden, den Krieg verhindern, Kinder. Anmerkung, es handelt sich wohl um den sogenannten Psalter, der aus drei Rosenkranzen mit insgesamt 15 Geheimnissen, Gleichgesetzen, besteht, und zwar aus dem freudenreichen, dem schmerzhaften und dem glorreichen Rosenkranz. Vielleicht nimmt man sicherheitshalber den lichtreichen Rosenkranz mit weiteren fünf Gesetzen noch hinzu. Vereint euch jetzt für einen Tag und betet meinen heiligen Rosenkranz, um diesen Atomkrieg zu stoppen, der jetzt geplant wird. Betet für jene armen Seelen, nicht nur im Iran, sondern auch in den Ländern, die unabsichtlich darin verwickelt werden. Betet auch für jene armen Länder, welche als Schachfiguren in diesem bösen Spiel der Lügen, das von Gruppen geplant wird, nicht von Gott, meinem ewigen Vater, missbraucht werden. Geht jetzt, meine Kinder, und versammelt alle meine Kinder, damit sie darum beten, dass dieser große Gräuel gegen die Menschheit abgemildert wird. Eure geliebte Mutter Mutter der Erlösung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017